Hallo Freunde, ich grüße euch. Ich habe euch eine Partie mitgebracht von González-Vélez gegen Sviagintsev. Und zwar haben wir die schwarzen Steine und wir schauen mal eine bestimmte Eröffnung. Und zwar sehen wir hier dieses C4-B6 in einer etwas anderen Reihenfolge, dass hier D4 und E6 angefangen haben. Aber die Stellung nach Springer-C3-Laufer-B7 kann ja auch über die Reihenfolge erstens C4 gehen. Und da hatten ja schon mal öfter welche nachgefragt, was ist denn, wenn die Leute jetzt nicht so wie in diesem klassischen mit G3 spielen, wo man, ich hoffe ihr habt das Video gesehen, wo Weiß hier mit Springer-F3 spielt und Schwarz hier auf F3 nimmt und mit C5 das Feld D4 abklammert. Etwas andere Reihenfolge, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. Aber da haben die Leute gefragt, was ist, wenn die Leute mal anders spielen, die Weißen. Wenn die mit D4 und vielleicht sogar mit E4 hier spielen. Und da möchte ich euch diese Partie mal zeigen, denn die ist super lehrreich und instruktiv. Und an solchen Partien habe ich mich auch immer orientiert. Grundsätzlich habe ich mir gesagt oder mir als Faustregel gemerkt, wenn der Springer nach C3 geht, dann werde ich meinen Läufer nach B4 stellen, diesen Springer fesseln und damit den Druck auf den E4 erhöhen durch meinen Läufer auf B7. Und gesagt, getan und Läufer D3. Die zweite Merkregel ist, wenn der Läufer hier nach D3 geht, ist ja der E4 jetzt erstmal mehr gedeckt, aber dafür der G2 ungedeckt. Die zweite Faustregel ist, wenn Läufer D3 kommt, kann man hier gut F7, F5 spielen. Jetzt denken sich einige im Moment, die Odenverteidigung war so ähnlich und da war das gar nicht gut. In der Odenverteidigung steht der Läufer aber noch auf F8, der Schwarze, und nicht auf B4. Das heißt, hier in dieser Variante ist das Feld F8 einfach frei, sodass wir mit unserem König hier einfach hingehen können. Ich mache mal ein Beispiel, wenn der Weiße jetzt nämlich hier auf F5 schlägt, können wir auf G2 schlagen und auf der Schach König F8 spielen. Sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber rettet das Material und alles. Wir drohen mit Springer F6 Tempi zu gewinnen. Der Turm auf H1 hängt auch noch komplett durch und das ist, glaube ich, ganz gut für Schwarz. Deswegen hat Weiß hier in der Partie auch nicht auf F5 geschlagen, sondern er hat den normalen in Anführungsstrichen gemacht. Er hat den Bauern mit der Dame gedeckt. Er hat hier aber erst ein Schach eingeschoben, um G7, G6 zu provozieren, um eventuell hier auf dieser Diagonale eine Schwächung zu erzeugen. Genau. Und jetzt wird der Bauer E4 einfach gedeckt. So, soweit, soweit, alles normal und gut. Schwarz entwickelt sich mit Springer F6 weiter und erhöht weiterhin den Druck gegen den E4. Und Läufer G5 ist auch so der Hauptzug hier. Er entwickelt auch eine Figur, fesselt den Springer und entlastet den E4 sozusagen. Und jetzt gibt es eine Abwicklung. Weiß kann hier auch mit F2, F3 spielen. Da kommen andere Stellungsbilder. Da mache ich dann auch nochmal ein Video zu. Hier mit Läufer G5. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern. Ich gucke mal, ob ich es verlinkt kriege. Das Video, wo Schwarz mit drei Leichtfiguren gegen die Dame gespielt hat. Und zwar, das war glaube ich die gleiche Stellung. Schwarz nimmt hier auf E4. Und ja, Weiß muss ja im Grunde zurücknehmen. Und jetzt, dieses Damenopfer stand darin, hier mit Springer E4 jetzt zu spielen. Und dann auf C3 weiter zu schlagen. Und gegebenenfalls mit dem Turm hier. Guckt euch das Video mal an, wenn euch das interessiert. Hier in der Partie ging es etwas ruhiger zur Sache. Nämlich, dass Schwarz den Läufer einfach geschlagen hat. Jetzt kommt der Zwischenzug auf F6. Damit der E4 eben beungedeckt ist. Und da Schwarz jetzt auch keine Dame angreift. Muss man hier einfach zurückschlagen. Und die Dame schlägt auf E4. Jetzt haben wir alles getauscht, mehr oder weniger. Der Druck gegen den G2 ist weg. Aber es bleibt eine halb offene F-Linie. Oder einer, ja. Und das ist etwas, da versucht Schwarz Nutzen herauszuziehen. Und zwar, jetzt müssen wir ja mal schauen, hier der Turm auf A8 hängt. Frage ist, hängt der wirklich? Und Schwarz spielt hier die kurze Bauchhade. Und lässt sich das zeigen. Die Idee ist natürlich jetzt hier auf der F-Linie entsprechend den Druck zu machen. Gegen den F2. Und ja. Schauen wir mal, was passiert, wenn der Weiße den Turm hier nehmen würde. Er hat es nicht gemacht. Er hat Springer F3 gespielt. Aber wenn er den nehmen würde, dann würde hier natürlich der Schach folgen. Und jetzt sehen wir, dass der nächste Zug, Dame schlägt B2. Jetzt haben wir zwei Bauern für den Turm. Aber es hängt... Sorry. Es hängt der Turm auf A1. Mit Schach auch noch. Der Springer C3 hängt auch noch. Und nebenbei noch eine weitere versteckte Drohung. Wenn der Turm sich nämlich jetzt zum Beispiel retten würde, dann käme Turm F1 Schachmatt. Das wäre sicherlich sehr schön. Und ja, deswegen wird Schwarz-Weiß hier den Springer meistens entwickeln und die F-Linie blockieren wollen. Aber dann hängt eben der A1 Schach. Haben wir unseren Turm zurückgewonnen und bekommen nicht nur Zinsen auf H1 im nächsten Turm. Ja, da haben wir noch zwei Bauern dabei. Das ist natürlich eine sehr gute Stellung für Schwarz. Deswegen kann Weiß diesen Turm auf A8 nicht nehmen und spielt Springer F3. Und ja, jetzt schlägt Schwarz auf C3, um diese Bauernstruktur Doppelbauern hier beizuführen. Und das ist so ein bisschen das langfristige Thema dieser Stellung. Dass eben dieser Doppelbauer, wir haben schon viel getauscht und die Frage ist immer, kriegt Schwarz ein bisschen Druck drauf. Denn wenn er erstmal eine statische Stellung hier herbeiführen kann, dann sind die Bauern natürlich sehr, sehr anfällig. Weil es keine Dynamik als Gegenwert dafür gibt. So, jetzt müssen wir erstmal mit Springer F6 den Turm retten. Das geht nicht anders. Und Weiß ruchiert. So, und jetzt schauen wir mal. Sieht alles ganz natürlich aus. Weiß steht eventuell bereit für D4, D5. Das ist so dein dynamischer Zug in Anführungsstrichen. Wenn Schwarz hier schlüge, könnte er mit dem C-Bauern schlagen, sich den Doppelbauern entledigen sozusagen. Dafür versucht Schwarz vielleicht mal mit Zügen wie Springer A5 hier drauf zu gehen. Ja, auf diesen Bauern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und was macht man, wenn man einen statischen Vorteil hat? Dann versucht man die Dame zu tauschen. Und ja, den bietet man hier, den Damentausch an. Auch der Zug Dame F5 wurde schon öfter gespielt. Ich finde, Dame F4 hat noch einen kleinen weiteren Vorteil. Nämlich das Feld F5 wird für den Turm hier noch freigehalten. Dass der Turm hier auch nochmal hinkommen kann, sich entweder vertrippeln kann auf der F-Linie. Der Turm selber könnte aber auch auf der fünften Reihe D5 decken. Der könnte hier zum Damenflügel rüberschwenken, um entsprechend hier Druck zu machen. Ja, das ist sehr flexibel. Weiß hat natürlich wenig Interesse daran, die Dame zu tauschen. Denn dann wäre kein dynamischer Faktor mehr im Spiel hier vorhanden. Und dann würde Schwarz auf einen Tor spielen. Deswegen Dame zieht weg. Und das ist das Schöne an der Stellung. Sowohl die Züge als auch die Pläne von Schwarz sind relativ einfach und logisch nachvollziehbar. Nämlich Turm Ae8. Das sieht sehr natürlich aus. Die letzte Figur nimmt am Spielgeschehen teil. Verhindert in dem Sinne D4, D5. Weil jetzt durch die Öffnung der E-Linie mit Tempo auf die Dame nimmt so ein bisschen die Dynamik raus. Turm Fe1 deckt die Dame. Und ja, E6, E5. Ein fantastischer Zug, wie ich finde. Er legt die Bauernstruktur fest und öffnet vor allem auch für den E-Turm hier die Linie. Jetzt muss man ja zunächst einmal gucken. In der Partie folgt der D4, D5. Jetzt muss man hier erstmal schauen, was passiert denn? Kann ich den denn nicht schlagen, hier den E5? Schauen wir uns das mal an. Wenn wir auf E5 schlagen, schlagen wir natürlich. Und dann kommt der tolle Zug. Also erstmal stellen wir fest, diese Bauern sind jetzt vereinzelt. Dadurch, dass das Weiß hier auf E5 geschlagen hat. Jetzt entstehen hier diese vereinzelten Doppelbauern auf der C-Linie. Die sind statische Bauern und natürlich drastisch schwach. Und der nächste Zug von Schwarz, Turm F5, ganz stark, greift den Bauern E5 wieder an. Und wenn der erobert ist, wird ganz zur Not alles oder viel getauscht. Der C4 könnte sofort hängen. Und Schwarz hat sofort eine sehr, sehr angenehme Stellung. Das ist ein Spiel quasi auf zwei Ergebnisse. So wie sich das ein guter Spieler wünscht. Verlustfrei, Risikofrei durch die Gegend zu ziehen. Weiß versucht D4, D5, weil auch so ein bisschen natürlich hier dieser Bauer hier angegriffen ist. Alle schwarzen Figuren stehen da drauf. Eigentlich so einfach. Und die Öffnung der E-Linie mit dem Turm auf die Dame, gut ihr Übriges. So dass Weiß zu D4, D5 sich gezwungen sah. Der Springer ist angegriffen, aber der hat im Grunde nur ein Feld, was logisch ist. Nämlich das Feld A5, um den Bauern C4 anzugreifen. Und ja, Weiß hat auch nur einen Zug oder eine Möglichkeit, den zu decken. Und jetzt sehen wir natürlich rein grundsätzlich, es geht hier um die Bauernstrukturen. Kann Schwarz hier auf diesen Bauern genügend Druck machen. Oder kann Weiß den Bauern vielleicht nochmal auflösen oder wie auch immer. Durch dieses Vorziehen ist ja öfter mal eine Möglichkeit. Aber, und auch der nächste Plan wieder unglaublich schön. Einfach und doch effektiv. Das ist das, was hier echt Spaß macht. Springer B7 kontrolliert das Feld C5. Damit ist die Auflösung dieses Doppelbauens erstmal überhaupt nicht möglich. Weiß spielt Springer E4, was ein guter Zug ist. Eine zentrale Figur, ein Springer, der alles F2 hier mitdeckt. Der die vierte Reihe mit blockiert. Selber mal die Optionen für D6 oder C5 hier hat. Oder irgendwas sich Möglichkeiten offen lässt. Und jetzt kam ein Zug, der, ja, da war ich ganz begeistert von. Und ihr könnt ja mal, ich mach mal die Teile weg. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr mit Schwarz hier auch irgendwie eine Zahn habt. Ja, und zwar hat Schwarz hier den sehr, sehr schönen Zug D6 gespielt. Er sieht auf den ersten Blick ja total überraschend aus. Warum überraschend? Weil weiß könnte natürlich jetzt hier auf D6 schlagen. Hätte Schwarz selber hier auch einen Doppelbauer. Aber, und das ist eben der Unterschied, ja. Der D6-Bauer respektive der Doppelbauer auf der D-Linie von Schwarz. Da kommen die weißen Figuren gar nicht hin. Und eine Schwäche ist nur eine Schwäche, wenn Schwäche angreifbar ist. Sonst ist es keine Schwäche. Der C4-Bauer hingegen ist jetzt massiv unter Druck. Die Dame greift den an. Und die C-Linie ist offen gegangen, sodass der Turm über C8, die schwarzen Türme können sie auf der C-Linie verdoppeln. Und dann hat Schwarz natürlich ein ganz, ganz einfaches Spiel in Anführungszeichen. Ja, das war so der Plan von Springer D6, fand ich super. Etwas unkonventionell, sich diesen Doppelbauen potenziell verschaffen zu lassen. Aber eben dieser Gegenwert, ja, den zu erkennen. Und das hat Weiß auch so eingeschätzt. Ja, das konnte er einfach überhaupt nicht machen. Und deswegen versucht Weiß die Figuren am Brett zu halten, um eben potenzielles Gegenspiel überhaupt noch mal irgendwann möglich zu schaffen. Je mehr getauscht wird, desto schwächer sind die Schwächen eigentlich. So, E5, E4, wieder ein starker Zug. Wir sehen alle, Schwarz sichert sich etwas Raumvorteil. Alle Figuren decken diesen E4-Bauern. Und Raumvorteil ist immer sehr gut. Wir haben ein weiteres Feld, das Feld E5. Vor allem hat Schwarz dieses Feld E4 jetzt seinerseits nicht zur Verfügung. Und je weniger Raum die eine Seite hat, ist so unangenehmer Witz mit Manövrieren. Deswegen ging der Springer über F1 Richtung E3, um den C4 vielleicht mal gedeckt zu halten. Das ist gut. Und ja, jetzt hat der Springer auf D6 seine Aufgabe quasi getan. Jetzt müssen wir mal überlegen. Verbessern wir jetzt die anderen Figuren. Und zunächst einmal dachte sich Schwarz, okay. Stich Turm F7 mit der Idee, Turm F8 und vertrippel hier einfach mal auf der F-Linie. Jetzt habe ich alle drei Schwerfiguren auf den F-Bauern drauf. Und damit zwinge ich den Weißen, Turm F1 diesen Bauern zu decken. Und damit eine passive Rolle einzunehmen, eine passive Stellung einzunehmen. Ja, und das wissen wir ja. Je passiver eine Stellung, desto weniger Gegenspiel gibt es. Und ja, jetzt könnt ihr wieder gucken. Die Technik, die begeistert quasi. Jetzt überlegen wir, der C4 ist nicht angegreifbar, weil der gut gedeckt ist. Also hat der Springer auf D6 keine konkrete Aufgabe. Zack, geht hier wieder nach B7 und nach C5, um hier nach D3 reinzugehen. Auf D3 steht ja super und greift den F2 zum Beispiel mit an. Unterbricht die D-Linie und so weiter und so fort. Wieder eine kleine Verstärkung. Und ja, eine kleine Verstärkung mag noch nicht entscheidend sein. Aber wenn so viele kleine Verstärkungen sich summieren, wird der Vorteil langsam größer. Und ja, Weiß spielte Springer C2. Der Springer ging nach D3 rein. Und Weiß versuchte jetzt mit F2, F3 so ein bisschen diesen E-Bauern hier auszuhebeln. Und das zu nutzen, dass der Springer vielleicht ungedeckt wäre, wenn der Bauer sich bewegen würde. Aber unglücklicherweise hat Schwarz das hier alles gesehen und eine praktische Rettung. Ihr könnt ja gerne wieder reingucken. Denn oftmals ist es so, die Partie kann noch so strategisch sein, so viel wie sie will. Ende des Tages entscheidet Taktik. Fasziniert. Und hier ging der Springer nach B2 und greift den Turm an. Und der hat das Problem, dass wenn er jetzt wegzieht, zum Beispiel nach D1, dann könnten wir hier auf F3 schlagen. Und dann sehen wir den Vorteil von diesem Springerzug, dass nämlich auch noch der D4 angegriffen ist. Zack wäre der erste Bauer weg. Und der D5, der C3, alles noch schwache Bauern. Der A2 noch schwach. Und Weiß sicherlich große, große Probleme, die Stellung überhaupt noch halten zu können. Kann ich nicht. Aber ob es überhaupt möglich ist, weiß man ja auch nicht so genau. Für einen Rechner immer vielleicht, weil der super weit und tief rechnen kann. Weiß spielte nämlich jetzt hier auf E4 mit der Idee, ich öffne jetzt die F-Linie und greife die Dame an. Und habe damit meinen Bauern gedeckt. In E4 die C, die 4.3 ist blockiert, der C4 ist gedeckt. Und wenn die Dame wegzieht, habe ich ja erstmal mit Schwarz einen Bauern weniger. Aber das hatte alles der Herr Zwarginseff schon gesehen gehabt. Und hier dürft ihr gerne nochmal reingucken, denn jetzt kommt der Höhepunkt der strategischen Wendung. Und auch der hat wieder mit Taktik. Ja, ein fantastischer Zug. Springer schlägt D1, opfert die Dame. Das ist ungewöhnlich. Weiß schlägt die Dame. Und jetzt kommt der Zwischenzug Springer C3. Und der Springer droht die Dame zu schlagen. Und zwar mit Schach. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Sonst könnte man mit Weiß überlegen, ob man alles zurückgibt. Aber weil die Dame auf E2 mit Schach hängt, muss die Dame im Grunde wegziehen. Wo soll sie hingehen? Die ging nach E1 und greift den Springer an auf C3. Ja, und wenn der Springer sich retten wollen würde, dann könnte Weiß die Gelegenheit nutzen und den Turm tauschen. Dann ein technisch kompliziertes Endspiel, aber sicherlich ein gutes Endspiel für Weiß. Denn der Damenvorteil gegen Turm und Springer in Verbindung mit den Mehrbauern und mit dem mobilen Bauernzentrum sollte sicherlich für Weiß ausreichend sein. Aber wir sind ja noch nicht am Ende der Kombination. Denn Schwarz steigt jetzt seinerseits den Turm auf F4. Und jetzt sehen wir, dass die Dame den Springer gar nicht schlagen kann gegen den Mat auf F1. Wenn man das alles gesehen hat, ja Respekt. Jetzt haben wir im Grunde eine Stellung, dass 6 gegen 6 Bauern und 2 Türme gegen Dame. Das ist das Hauptaugenmerk. Das erscheint jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sein. Aber grundsätzlich sind 2 Türme meistens besser. Weil sie einfach, wenn sie ungestört arbeiten können, in alle Richtungen am ganzen Flügel sich tausend Schwächen hier aussuchen können. Während die Dame selber, gerade in der Struktur hier bei Schwarz, alle Bauern sind super gedeckt, da passiert nicht viel. Und ja, Weiß dachte sich, okay, dann versuche ich mal den Springer zu aktivieren. Wir schauen uns mal eine kleine Variante an. Wenn Weiß sagt, komm, ich setze hier voll auf die Mobilität der Bauern, gebe dem Bauern A2 ab und setze hier auf mein Glück des Freibauerns. Aber das Problem ist, dass Schwarz jederzeit auf F1 2 Türme gegen die Dame zurückgeben kann. Und dann würden wir in einem Endspiel landen, wo Weiß nicht nur einen Bauern weniger hätte, sondern der E6 könnte auch sehr schnell sehr schwach werden. Darüber hinaus hat Schwarz mit dem A7-Bauern schon einen Freibauern. Und da würde ich doch eher mal bezweifeln, ob Weiß das halten kann. Genau, deswegen kam Springer E3. Und das Problem ist natürlich, dass der E4 jetzt weg ist. Keine Frage. Heißt, Schwarz hat einen Bauern mehr, plus die zwei Türme gegen die Dame. Irgendwie nicht so gut gelaufen, ne? Aber eine schöne technische Umsetzung für den Schwarzen. H3 macht ein Luftloch, macht Sinn. Und ja, wie geht es jetzt weiter? Was fällt auf? H2, H3 hinterlässt hier so eine Schwäche auf G3, wo der Springer hier vielleicht schon mal reinhüpfen kann. Aber der ist ungedeckt. Und ja, das motivierte den Schwarzen zu seinem folgenden Plan. Mit H7, H5. Mit der Idee H5, H4, um den Punkt G3 zu decken, seinen Springer da reinzusetzen. Was dann passieren kann, die einige von euch werden es vielleicht schon erkannt haben. Ja, da entstehen Matt-Bilder. Damit zog und König geht nochmal zur Seite. Und dann kam H4. Genau, und hier diese angedeuteten Matt-Bilder ist das der Springer auf G3. Und dann der Turm auf F1. Da gibt es ein schönes Matt-Bild. Die Dame muss die Grundlinie decken. Der Springer geht nach G3. So, jetzt Dame D1. Und jetzt könnten wir uns überlegen, wollen wir jetzt schon mit dem... Wir könnten jetzt wieder jederzeit mit dem Turm auf F1 die Türme gegen die Dame tauschen. Wollen wir das? Oder ist das noch zu früh? Schauen wir mal. Also in der Partie kam ein anderer Zug. Aber wenn der jetzt käme, der Springer muss halt sagen, jetzt schlägt der Turm. Die Dame muss sich opfern. So, und jetzt haben wir im Grunde die Stellung, dass der Schwarze hier am Damenflügel ein Mehrbauern hat, sich potenziell ein Freibauern besorgen kann. Und jetzt muss man natürlich einfach nur ganz lange und tief rechnen, was vielleicht drehen 15 Züge im Voraus. Aber als es hier so wenig Möglichkeiten gibt, ist das gar nicht so schwer. Wenn das Brett voll ist, ist das quasi unmöglich. Und ja, hier kann man dann überlegen, ob man nicht einfach König F5 sagt, ich blockiere, hier macht die Opposition, dass der hier nicht vorwärts kommt. Und könnte auch überlegen, ob ich hier mit König E5 einfach hier ranrenne, mit diesem Bauern hole und dann sofort mit dem Bauern hier vielleicht renne, wenn ich damit auch schneller bin als der Weiße. Und all das, die Optionen hat Schwarz, aber er hat sich gedacht, die habe ich jederzeit, brauche ich nicht sofort auflösen. Kann das ja erst noch verbessern. Hat Turm E8 gespielt. Und er hat eine ganz miese Falle sozusagen. Und ja, die hat Weiß sofort zur Aufgabe bewegt. Was ist die Aufgabe? Oder was ist die Idee? Der Turm greift den Springer an. Und die Dame könnte natürlich jetzt hier einfach diesen Springer decken. Aber dann kommt eben ein schönes Mattbild. Der Turm den Springer entfernt und damit den Punkt F1 hier quasi recht. Und wenn die Dame schlägt, kommt Turm F1 Schach und das Matt Turm H1. Schönes Mattbild. Und ja, diese Drohung ist einfach gegeben. Das ist schon ziemlich blöd. Und da kann ich auch gar nicht so wahnsinnig viel dagegen machen. Und wenn ich hier einfach nur einmal vorziehe, dann halte ich natürlich die Stellung erstmal geschlossen. Das weiß kein, kein Freibau hier auf der C7 irgendwo rumliegen hat. Und ja, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich jetzt irgendwann wieder dieses Matt hier anstrebe oder wie auch immer ich es machen möchte. Der Springer ist ja angegriffen, muss hier zurückziehen. Könnte ich auf F1 einfach nur Turm und Springer gehen, die Damen opfern. Hätte dann eine Qualität im Endspiel mehr. Würde sicherlich auch so ganz einfach gehen. Ja, und das war der Grund, warum nach Turm E8 der Weißspiel aufgegeben hat. Ja, ihr habt gesehen, eine technisch anspruchsvolle Partie. Aber ich mag solche Sachen, denn da kann man extrem viel lernen, was Strategie angeht. Zum Beispiel so die Züge wie der Zug E5 fand ich super. Oder aber auch den Zug Sprenger D6. Einfach diese Struktur etwas ungewöhnlich, aber eben von der Praktik, wenn er hier schlägt, die C-Linie offen geht. Dass der C-Bauer doch schwächer ist als der D-Bauer. Solche Sachen begeistern mich, die müsste ich noch mal viel öfter anspielen und gucken. Ja, aber eins nach dem anderen. Immer nur in kleinen Schritten, in kleinen Portionen lernen und verbessern. Wenn man schnell versucht zu viele Sachen zu lernen, dann vergisst man die Hälfte und macht es nicht richtig, wie auch immer. Deswegen, ich mag das in ruhigen Schritten hier so schön langsam spielen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da, wie immer. Und dann sehen wir uns einfach zur nächsten Partie wieder. In dem Sinne, bis später. Schön, dass du so viel Spaß hattest mit diesem Video. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt bitte nach. Ansonsten habe ich hier zwei Video Vorschläge, die für dich sehr interessant sein können. Viel Spaß damit. Ich bin gespannt. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.